Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Dienstag. Heute ist der 15.09.2020 und es ist 8.26 Uhr. Ich bin relativ spät dran, was daran liegt, dass ich gestern relativ spät ins Bett gekommen bin. Ich war mit Germaine im Kino zwei Filme gucken und dann wurde es relativ spät. Irgendwie um kurz vor zwölf war ich zu Hause. Meine Heimreise hat sich etwas schwierig gestaltet. Normalerweise mit der S-Bahn bis Hauptbahnhof und dann mit dem M85. Da die U1 ja nicht fährt bis nächstes Jahr irgendwie. Aber irgendwie wollte der M85 nicht mehr fahren, weil der Tunnel gesperrt war. Der Tiergartentunnel war irgendwie zu oder zumindest die Ausfahrt, wo wir dann rausfahren würden, war zu. Und deswegen hieß es ja, M85 fährt nicht mehr. Also bin ich kurz dann mit dem Taxi gefahren, hatte den Nachteil, dass ich ein paar Euro reicher, vor allen Dingen, ärmer bin. Aber ich war immerhin kurz vor Mitternacht zu Hause und dementsprechend dann irgendwann so um halb eins im Bett. Und ja, geschaut haben wir gestern gezielt. The New Mutants war so, ja, war okay. War nicht langweilig, aber jetzt auch nicht super im Superheldenfilm. Und danach haben wir noch The Outpost geguckt in der Sneak Preview. Ja, der war schon besser. Nicht um Welten besser, aber deutlich besser. Ja. Und ansonsten war ich gestern den ganzen Tag im Büro, habe vom Office ausgearbeitet. Wir sollen ja, wenn möglich, einmal die Woche ins Büro rein. Und da ich diese Woche ja nur bis Mittwoch arbeite, dachte ich mir, komm, gehst du mal Montag rein, nimmst mal einen dieser unbeliebten Tage. Denn in unserer Planung stehen ja die Leute drin. Und die gehen komischerweise immer nur auf Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag. Und Montag und Freitag ist nicht so ganz beliebt, weil man ja da gerne kurze Arbeitstage hätte. Naja. Nächste Woche werde ich Freitag reingehen und im Anschluss daran direkt nach Dresden fahren. Da werde ich wahrscheinlich nur sechs Stunden schaffen oder so. Wir gucken mal. Also, im Büro zu arbeiten hat mal wieder was anderes, weil man sich mehr auf die Arbeit konzentrieren kann. Auf jeden Fall. Also, ich habe gestern mich ein bisschen auf den Workshop, Workshop ist es ja nicht, es ist eine Schulung, eine Fortbildung vorbereitet auf Donnerstag, Freitag. Da geht es um ITIL oder ITIL in der Version 4. Und da habe ich gestern zwei Stunden Video auf YouTube geguckt zu den Grundlagen, die Basics zu diesem Thema. Und da bin ich echt mal gespannt, wie dann der Workshop, die Schulung wird. Und eine Prüfung gibt es dann am Freitag auch. Ja, schauen wir mal. Das wird schon werden. Ich werde heute noch ein bisschen was dazu lesen und gucken und dann morgen bestimmt auch nochmal vorbereitend auf den Termin. Ja, ansonsten, was steht noch an diese Woche? Nadine ist aus dem Urlaub zurück. Sie hat sich auf meine WhatsApp gemeldet. Ich werde höchstwahrscheinlich am Samstagvormittag nach Oranienburg fahren und dann mir die Haare schnibbeln lassen. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon zwei, drei Wochen drüber. Also, krass, wie sich das immer wieder in Wohlgefallen aufgelöst hat. Mal konnte Nadine nicht, dann habe ich es verpeilt. Dann konnte wieder Nadine nicht. Und naja, und jetzt fahre ich, wie gesagt, Samstag sehr wahrscheinlich nach Oranienburg. Wir werden ja gleich mal eine Strecke raussuchen, wenn wir das dann schicken, damit sie weiß, wann ich ungefähr da bin. Ja, und ansonsten, wie ihr wisst, diese Woche, Donnerstag, Freitag, Fortbildung. Ittl, Eitel, Eitil. Ja, irgendwo schreit gerade wieder ganz laut ein Kind. Fenster bleiben mal zu. Heute werden es 32 Grad in Berlin, deswegen auch der rote Alarm da. Der Sommer ist zurück. Gestern schon 30 Grad. Als ich auf dem Büro nach Hause lief, dachte ich mir so, ich laufe in eine Wand von Hitze rein. Und heute wird es ähnlich sein. Und morgen auch nochmal. Ja. Und dann gucken wir mal, was die Woche noch so mit sich bringt, ne. Ein bisschen arbeiten, ein bisschen lernen und ein bisschen Haare schneiden. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr mögt, heute um 16 Uhr beim Streamen. Wir spielen Darkest Dungeon, oder? Ja, heute ist Dienstag. Und ich freue mich schon, wenn ihr mögt, schaut gerne vorbei. Ansonsten sehen wir uns hier morgen auf dem YouTube-Kanal zum nächsten täglichen Vlog. Mal gucken, was wir dann zur Wochenmitte so von uns zu geben haben. Ich versuche auch jetzt nicht mehr immer mit dem Arm auf die Space-Taste zu kommen, weil die die Aufnahme abbricht. Das habe ich jetzt schon zweimal heute durchgemacht. Dann dachte ich mir so, oh nee, oder? Immer reicht doch. Und jetzt ist das zweite Mal schon. Ich raste gleich richtig alles. Aber ich konnte mich beherrschen und man hat es mir kaum angemerkt, oder? Ja, gut. Dann werde ich jetzt mal gucken nach Frühstück. Rewe müsste auch bald klingeln. Und ein paar Nüsse von gestern habe ich auch noch übrig. Der Germain hat ja von so einem Nussladen in der Warschauer Straße so geschwärmt. Dann waren wir da gestern und haben dann Nüsse gekauft. Und das war ganz lecker. Er hat Sonnenblumenkerne gegessen mit irgendwas ummantelt und ich habe Haselnusskerne mit Sesam ummantelt gegessen. Und es war lecker. Oder ist lecker. Es ist ja noch was übrig. Also, bis später, bis online, bis die Tage. Ciao.